Was ich mir zu Weihnachten wünsche? Was ich mir wünsche? Eine Tangente. Also meiner Freundin habe ich gesagt, wenn du mich richtig glücklich machen willst, dann muss es eine Tangente sein. Ja, Joa S.B. hat nur Tangente. Eine Tangente von meinem Mann. Dieses Jahr habe ich wirklich einen besonderen Wunsch. Ich habe endlich eine Uhr gefunden, die ich haben möchte, nämlich die Tangente. Die wünsche ich mir. Ich hätte gerne mal eine richtig gute Uhr, und zwar aus Glashütte. Eine Tangente. Eine Tangente. Eine Tangente. Tangente. Eine Uhr von Nomos. Tangente heißt dir, die ist ziemlich gut.